Was ist? Komm schon! Ich schlack dir aus dem Maul ein! Ich schlack dir aus! 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 Komm her, du Deich! Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug! Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestand dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Weitermachen, Herr Faust! Hey, die Batterie! Die Batterie! Haben Sie sie! Hey, ja. Aufstehen! Was soll das? Dauchte deinen Befehl, verdachter Blecheimer! Ah! 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 Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Die Tore Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020